Hallöchen allerseits! Wenn ihr mal nach Berlin macht, müsst ihr unbedingt zu Wencheng. Das ist der Spot für Hand-Pulled-Nudels. Die haben, glaube ich, innerhalb von zwei Jahren drei ganze Standorte in Berlin eröffnet. Und hier gibt es wirklich super leckere Hand-Pulled-Nudels. Da könnt ihr mal sehen, wie das professionell ausschaut. Ich bestelle mir hier immer die Biang Biang-Nudels, also mit Sichuan-Pfeffer, Knoblauch, Chili, Koriander und Frühlingszwiebeln. Und als erstes wird natürlich alles erstmal gemixt in diesen ganzen leckeren Aromen. Die Nudeln gibt es entweder mit Rind, Lamm und Kümmel, Tofu und Shiitake oder Auvergine mit veganem Hack. Und die sind wirklich so yummy. Ich war schon das zweite Mal hier und es ist meistens eine Warteschlange vor der Tür, aber es lohnt sich.